Hallo und herzlich willkommen hier auf BRD. Heute zeige ich euch mal 5 Eierfarben mit 5 Eierbechern. Das ist so ein Kompaktset von Heidmann. Kostet 3,51 auf Amazon plus Versand. Im Laden findet ihr es manchmal ein bisschen günstiger, müsst ihr mal rumschauen. Aber ich packe euch mal den Link in die Videobeschreibung. Und da haben wir 5 verschiedene Farben. Einmal grün, dann gelb, orange, blau und rot. Da packen wir mal das gute Stück mit euch zusammen aus. Und zwar, da haben wir die Farben. Einmal blau, grün, gelb, orange und rot und 5 Becher. Als nächstes nehmen wir unsere Farbe und schneiden die einzelnen Farbkammern ab. Hier ist so ein Silberstreifen, damit der so ein bisschen glänzt. Und genau dort schneiden wir sie ab, damit wir nicht in die Farben einschneiden und die uns auslaufen. Als nächstes können wir oben die Spitze abschneiden. Als nächstes nehme ich den Essig und mache in jedem Becher 2 Löffel rein. Anschließend geben wir in jedem Becher einen großen Schluck unserer Farbe rein. Und am Ende füllen wir noch die Becher mit kaltem Wasser auf. Als nächstes legen wir die Eier vorsichtig in die einzelnen Farben. Und lassen diese jetzt 5 Minuten lang in den Becher. Jetzt nehmen wir uns etwas Küchenrolle und tupfen die Eier vorsichtig ab. Wir können natürlich auch unsere Eier zweifarbig machen. Dazu gießen wir einfach ein bisschen von der Farbe ab. Wir können auch überall noch einen Spritzer Farbe rein machen, damit das dann ein bisschen intensiver wird. Und legen vorsichtig unsere warmen Eier in die Becher. Und warten 5 Minuten. So, nach 5 Minuten tupfen wir unsere Eier vorsichtig ab. Jetzt legen wir unsere halbseitig gefärbten Eier in eine andere Farbe. Da machen wir mal das grüne in orange, das blaue machen wir mal in rot, das rote machen wir mal in blau, das orange machen wir mal in gelb und das gelbe machen wir mal in grün. Und dann warten wir wieder 5 Minuten die Zeit ab. Jetzt waren unsere Eier wieder 5 Minuten lang im Farbbad. Jetzt nehmen wir sie raus, tupfen sie ab. So sehen sie aus und dann schauen wir uns dann alle nochmal in Ruhe an. So sehen unsere gefärbten Ergebnisse aus. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhause nachmachen. Euer Locke von BHAD. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal oder verbreitet und liked dieses Video. Ihr könnt ihn natürlich auch auf Facebook und Twitter besuchen. Und schaut auf unseren Blog vorbei, viade.com. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.